So im heutigen Video schauen wir uns nochmal diese Formel für das Gravitationspotential an. Und vor allem möchte ich mir anschauen, warum hier ein Minus steht. Also warum ist das Gravitationspotential denn immer negativ? Und das hat eigentlich nur was damit zu tun, wo wir unser Nullpotential definieren. Schauen wir uns dazu als einfaches Beispiel mal die potenzielle Energie auf der Erdoberfläche an. Und zwar wissen wir ja, dass eine Masse, die sich genau auf der Erdoberfläche befindet, eine potenzielle Energie von Null hat. Also diese Masse hat eine potenzielle Energie von Null. Und eine Masse hier oben in einer gewissen Höhe, die hat dann eine positive potenzielle Energie. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel hier ein Loch hätten und im Loch auch eine Masse, dann hätte diese Masse ja eine potenzielle Energie, die kleiner als Null ist, also negativ, weil sie ja unter unserem Nullpotential liegt. So das Nullpotential ist hier immer die Erdoberfläche. Wir könnten jetzt aber zum Beispiel sagen, naja, sagen wir jetzt, unser Nullpotential wäre hier oben. Also hier oben wäre die potenzielle Energie Null. Dann hätte ja diese Masse hier auch eine negative potenzielle Energie, weil sie ja unter unserem Nullpotential liegt. Also es hängt eigentlich alles nur davon ab, wo wir sagen, dass unsere potenzielle Energie Null ist. Deswegen ist hier auch ein Minus, weil überlegen wir uns mal, wo ist denn das Gravitationspotential Null? Und das ist genau dann der Fall, wenn R, also wenn der Radius R gegen unendlich geht. Also wenn wir eine Masse haben, die ganz, ganz weit weg von unserer Erde ist, also sagen wir, dieser Abstand hier, der geht jetzt schon fast gegen unendlich, dann hat diese Masse ein Gravitationspotential von Null. Also hier wäre unser Gravitationspotential Null. Und wenn wir uns jetzt unserer Erde ernähren, also wenn diese Masse der Erde immer näher kommt, dann muss ja die potenzielle Energie oder das Gravitationspotential immer kleiner werden. Und kleiner als Null bedeutet, es muss negativ werden. Und daher kommt auch dieses Minus in der Formel. Also es hängt alles nur damit zusammen, dass unser Nullpotential hier im Abstand R ist gleich unendlich ist. Und nicht wie bei der normalen potenziellen Energie an der Erdoberfläche ist unser Nullpotential meistens die Erdoberfläche. Deswegen haben wir hier meistens positive potenzielle Energien und beim Gravitationspotential eben negative, weil unser Nullpotential im Abstand R ist gleich unendlich definiert ist. Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, naja ist das nicht irgendwie umständlich oder wäre es nicht leichter, wenn wir unser Nullpotential zum Beispiel auch an der Erdoberfläche definieren würden? Dann wäre es aber etwas umständlich, wenn wir zum Beispiel mit anderen Planeten rechnen würden. Also wenn wir einen Planet hätten, der dann einen größeren Radius hätte, dann müssten wir unser Nullpotential wieder an den Radius anpassen. Und deswegen ist es am leichtesten, dass man einfach sagt, ja die potenzielle Energie ist Null, im Abstand R ist gleich unendlich. Im nächsten Video schauen wir uns dann ein paar einfache Rechenbeispiele mit dieser Formel an. Also falls du dir noch nicht sicher bist, wie du diese Formel anwenden kannst, dann schau dir am besten mein nächstes Video dazu an.